Musik Hallo und guten Tag aus der Unik in Griechenk. Ich bin Apropos Nikola Eilich und gehe in der drüben Klasse mit dem Namen. Seid ihr gern, lerne ich Deutsch in einer Verbindung für einst du. Mein Name ist Doria und ich bin schon in der drüben Klasse. Heute geht es in der drüben Klasse mit der Börse. Aber die erste Musikkarte ist in Deutschland. Die jetzige Musikkarte ist in der drüben Klasse. Ja, Berlin ist in der drüben Klasse 1990. Nach der drüben Vereinigung geht es in der drüben Klasse. Der neue Musikkarte ist in der drüben Klasse. Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 in Südsonnen geteilt, in die britische Sonne, in die französische Sonne, in die amerikanische Sonne und in die Russen. Die drüben Klasse. Und im Zweiten Klasse, 1979, wurde aus der drüben Klasse und der drüben Klasse die deutsche Demokratie der Börse gegründet, die DDR in der Klasse, aus der Welt. Andreas von Norden, 1990, dann kamen wir zu viele Vereine der BRT und DDR unter dem Namen Bundesrepublik Deutschland und der Hauptstadt Berlin. der Klasse. Ar quiere sein unseres montrer vorlegt. Lets場